Yo, peace Leute, willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Talk & Jump mit dem Atomic Toilet bzw. alias Tim. Der Fabi ist heute leider nicht dabei. Hallo Tim. Hi, hi. So, heute spielen wir mal wieder Let's Talk & Jump. Wir werden irgendeinen Scheiß labern, keine Ahnung, und werden hier versuchen zu bewältigen und gleichzeitig labern. Das wird, denke ich, mal eine schwierige Tortur wieder, ne? Genau, mit Fabi hast du das, glaube ich, schon mal gemacht, ja. Genau, richtig. Da habe ich das in der ersten Folge gemacht und jetzt in der zweiten Folge. Ja, ich bin jetzt auch schon in der zweiten Folge jetzt mit dir. Mal gucken, ob ich diesmal irgendwie weiterkomme, weil ich bin immer irgendwo da hinten halt verschissen. Wir spielen das Ganze, wow. Ja, gleichzeitig labern. Oh, scheiße. Das ist echt mies, ne? Gleichzeitig labern und springen, ne? Ja. Obwohl wir auch schon eine Adventure-Map gezockt haben, Fabi und ich, dass wir 50 Abospechel machen wollten, und ich bin schon wieder runtergefallen, und dass wir 50 Abospechel machen wollten, aber das Video wollten wir nicht splitten, gerne. Und das wäre dann halt eine Stunde drei Viertel gegangen, und der Upload hätte so dermaßen lang gedauert, dass ich einfach keine Lust hatte. Alter, geh weg! So. Ah, der Fabi ist auch letztens viel weitergekommen als ich, ähm. Der kann das auch gut. Ich merk schon, ich kann das gar nicht. Ich hab ja auch mal da, als der Adventure mit... Genau wie der Hunger Games kann. Sorry. Bist du runter? Ja, gehst du das auch mal wieder zusammen machen. Ja, auf jeden Fall. Ah, nein! Da hinten sind irgendwo Betten, glaub ich. Da kannst du dir wenigstens ein Safe-Point machen. Aber es geht doch nur, wenn's dunkel ist. Stimmt, scheiße. Wollah, sind hier Betten? Keine Ahnung. Fabi und ich haben letztens bei ihm zu Hause auf der Single-Play-Map... Haben wir halt ein bisschen gezockt und, ähm, dann hab ich ihm vorgeschlagen, lass mal in die Hölle gehen und einfach da machen, als wäre das oben. Sprich, Bäume pflanzen und so. Und, ähm, sah auch richtig, richtig genial aus. Ich hab ein Bett gesetzt, wollte ihn schlafen, dann hat's halt Bomben gemacht und alles war kaputt. Weil du weißt ja sicher, dass es in der Hölle nicht geht. Ja, richtig. Und daran hab ich halt leider nicht gedacht. Gott sei Dank war das, bevor wir alles gebaut hatten. Und da war halt dann nur ein komischer Gerater, der so einen komischen Durchgang zerstört hat. Boah, Alter, was war das denn für ein Scheißsprung? Ich hab's gesehen. Ich hab gleichzeitig Shift gedrückt und bin gesprungen. Auch geil. Ist mir auch schon passiert. Als du warst ja, auf dem Server ist die Hungerleisten-Balke leer. Da muss man dann halt, ähm, auf die eine Welt gehen, wo man sich wirklich jeden Block abbauen kann und sich dann irgendwie Essen holen muss und jagen muss. Das ist auch mal ganz cool für einen Server. Weil da muss man sich keine Items kaufen, sondern man kann sich die farmen. Mhm. Nein! Und jetzt bin ich schon beim zweiten Jump runtergefallen. Boah, das ist immer ziemlich doof, ey. Ich bin das letzte Mal nur bis zum Orangestein gekommen. Orangestein? Und zwar immer noch dieses DN2. Ach, stimmt. Und ich, und ich vergesse immer, ich vergesse immer, es zu verlinken. In jeder, in jeder Folge. Nee, ich hab mir extra die ganzen Tabs zum Beispiel, die ich da hab, ähm, extra auf dem Word-Dokument abgespeichert, damit ich nur kopieren muss. Ja, ich hab das ja auch, aber, ähm, ich hab ja jetzt eine neue Beschreibung gemacht und da werde ich jetzt ab dann auch anfangen. Okay. Neues Format von der Beschreibung. Ja, ich, ich halte das eigentlich immer ziemlich gleich, immer. Das Schema kennst du ja von meinen Videobeschreibungen. Ja, klar. Ah, geh weg. Ich hab, ich hab dir, ich hab... Ich hab dir... Ich hab dir... Ich hab dir... Ich hab dir... Geh runter. Ich hab, ich hab dir dein... Hä? Alter, du, du schwimmst in der Luft. Ja, ich seh's. Hallo? Ah, geht doch. Ich bin nicht gefallen. Nein, ich war auf... Das ist mir aber auch runtergeknallt. Ich war auf einmal unten. Ähm, und zwar hab ich das Beschreibungsformat komplett geändert. Sprich, das war nicht mehr einfach so ein Textblock, der da irgendwo umgestanden hat, sondern auch mit Pfeilen und so. Ach, die Pfeile hab ich übrigens von dir geklaut. Ja, das ist dürft ihr. Ich hab ja kein Copyright dran gemacht. Und das dürft ihr. Ihr dürft mir auch meine Videos klauen. Stimmt. Du kannst auch mir ein Video von mir illegal runterladen. Und wenn du möchtest... Und das dann wieder hochladen. Ja, genau. Einfach wieder hochladen, einfach den Tor wegmachen und einfach kommentieren. Ja. Oder einfach sagen, ihr... Scheiße. Ihr hört euch so an wie ich... Jetzt steht da so ein schwuler Creeper-Main rum. Oder was? Ey, das Server hat schon ein paar Licks. Ja, ist immer besser als Niffelheim. Ja. Aber ich find hier ganz cool, dass man nie so abwechslungsreiche Dinge hat. Mhm. Weil ansonsten kenn ich halt nur diese Jump-Viecher aus einzelnen Karten im Singleplayer, die man dann halt auf einen eigenen Server draufpacken kann. So wie ich das gemacht hab bei dem 50-Abo-Spechel. Ich will alle nicht hochgeladen haben. Aber fast zwei Stunden, Alter. Mhm. Krank. Und in dieser Zeit ist Fabio auch zwischendurch mal rausgegangen, weil er keine Lust mehr hatte, weil ich ihn getötet hab kurz vorm Ende und, ähm... Arbeitet ihr... Hattet ihr wenigstens Betten zum Safe-Point, oder? Nein. Äh, wie geht's hier weiter? Guck mal, wo ich bin. Ähm, du musst einmal links rum. Da sind Leitern. Nein. Links rum, da sind Leitern. Aber wo bist du? Hier oben. Aber wenn ich da jetzt rübergehe, dann falle ich runter. Alter. Du hast Rüstung an, ne? Ja. Ja, du musst einfach links rum. Das können die Zuschauer hier, äh, selber sagen. Genau. Ah. Ja, so weit bin ich zum Beispiel letztes Mal fast gar nicht gekommen. Da hab ich immer viel zu viel Schiss. Ach, Alter! Mann, Mann, Mann. Und jetzt wird es dunkel. Ha, 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 ha. Ich hab hier die Falltour zu gemacht. Jetzt könnt ihr nicht mal rüberspringen. Alter, fick dich. Ich möchte auch noch mal was hier in dieser Aufnahme schauen. Soll ich sie wieder aufmachen? Ja, bitte. Da komm ich aber jetzt nicht mal dran. Oh, du bist so ein Arschlo. Wenn du selber jetzt gleich runterfliegst, das machst du dann? Dann mach ich sie wieder auf. Ich glaub, man erreicht das von dem Blick davor. Oh. Da ist irgendwo grad ein Creepy hochgegangen. Ja. Ja, ich bin aber nicht totgegangen irgendwie. Hier ist ein Bett. Und ich bin im Bett. Und ich bin im Bett. Und ich kann schlafen. Kann ich schlafen. Ja, du hast dann auf jeden Fall ein Save-Phone. Dann kannst du Home sagen. Ja, geil. Ja, da, selbst bis dahin bin ich das jetzt mal nicht gekommen. Äh. Scheiße. Tja, fail, ne? Jetzt musst du einfach nur Slash Home eingeben. Ich glaub, dann bist du da. Okay. Oder? Äh. Ja. Äh, ihr Arschloch. Wo bist du? Wieso komm ich eigentlich nie so weit? Ich bin schon wieder runtergefällt. Ich lauf da einfach nur runter. Und schon wieder. Wenn ich mich umdrehe, bist du unten. Bist du überhaupt mal oben? Ja, guck hier. Ah, jetzt. Okay, jetzt fliegst du eh wieder runter. Nein. Jetzt fliegst du runter. Nein. Jetzt fliegst du runter. Ja. Ja, schau. Ja. Das gibt es doch nicht. Und schon wieder. Ey, so weit bin ich lange nicht mehr gekommen, ey. Nicht? Alter. Wie oft hast du das jetzt schon gezockt? Äh, mit dem Fabi ein paar Mal. So in der Freizeit ein paar Mal. Und ich kann's trotzdem nicht. Und du bist schon wieder runtergefallen. Ja, irgendwie dauerhaft bei dieser Kackstelle hier. Okay, jetzt ist es so weit, weil ich, glaub ich, nur ein einziges Mal. Alter, 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 alter. Wie komm ich hier rüber? Bist du bei der Falltür? Nee, komm ich hier rüber. Ja, apropos. Achso. Äh, das war die gleiche Stelle mit der Leiter, ne? Du musst ganz hoch auf die Leiter, dann kannst du Shift loslassen und rüberspringen. Ja, toll, und jetzt? Ich kann's zum Glück wieder aufmachen, hallo Arschloch. Äh, kacke. Au. Au. Spinne, die mich tötet. Und so. Äh, hallo? Und das Gerät, das mich tötet. Da seht ihr ganz ewig. Ich hab leider kein Optifine drin. Also sogar zwei Skelette. Spring weg, spring weg. Das sieht auch geil aus. Und tschüss. Hi. Hallo. Ist da PvP an? Dann mach ich's nämlich so wie bei Fabi. Dann schlag ich ihn kurz am Ende runter. Nee, hier ist es leider nur bei den Monstern-PVP, glaub ich. Ist ja kacke. Äh. Alter, ich will nicht mehr. Kann ich von hier her rüberspringen? Ja, hab ich auch gemacht. Alter, ich schaff das eh nicht. Boah. Ja. Ja. Ist doch gut. Oh. Den Erfolg musst du mir jetzt gönnen. Boah, geil. Du hast ja Glück, dass es grad Nacht ist. Au. Und ich bin das letzte Mal runtergefallen. Ja, genau. Da bin ich auch die ganze Zeit runtergefallen. Genau an der gleichen Stelle. Na, na, na. Ha, cool. Okay, jetzt ist es probierbar. Der Sprung war richtig geil, Mann. Das fand nämlich gar keiner. Wow. Jetzt sind beide gleichzeitig runtergefallen, weil ich an der Hände geblieben bin. So, jetzt rennen du. Scheiße, Mann. Ich bin nicht drauf. Alter, das wird jetzt wieder eine Tortur, ey. Ja, Mann. Obwohl, ich... Obwohl, ich... ...schon rübergekommen. Scheiße. Fail. Das gibt's doch gar nicht, ey. Meine Fresse. Herrlich. Ja, ich bin da schon rübergekommen. Ich war hinten. Nein, scheiße. Hallo. Bin auch mal wieder da. Wovor rennst du weg? Das sind Zombies. Unten ist genettet und ich hab noch ein halbes Herz. Äh, ich mach jetzt einfach... Hallo? Ich geb ja gar nichts ein. T. Genau so. Und Home. Den Befehl kenn ich mittlerweile auswendig. Ist schon wieder runtergefallen? Ja. Creeper! Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Was? Über diesen Block hier zu kommen. Oha, auf dem ersten? Ja. Da war ich auch noch hundertmal. Bin dann aber schon hundertmal runtergefallen. Nein! Da drüben war ich auch schon nicht. Ich war da drüben bei der nächsten Falltür. Echt? Genau da bin ich schon abgekackt. Hast du es drauf wie du verweist? Alter, scheiße. Scheiße, du... Ich bin dem Kack... Ich bin toll. Ich bin toll. Was bist du? Ich bin tot. Wieso? Wegen dem Kack-Chat bin ich eben runtergefallen. Und da war ein Skelett... Der Skelett, genau. Das Skelett, das mich getötet hat. Das ist fail. Das ist echt fail. Ja. Jetzt hab ich keine Äpfel mehr. Und keine Rüstung mehr. Und keine... Gar nichts. Ja, dann müssen wir uns irgendwann mal in der normalen Welt... Boah, Alter. Food holen. Genau. Aber ich bin grad von dem Creeper gar nicht... Alter, meine Fresse. Wie oft will ich denn hier noch runterfallen? Ey, du teleportierst... Was? You're not in the PvP-Arena? What? Achso, ja, ich hab... Ja, wie oft willst du hier noch runterfallen? Ich könnte theoretisch eigentlich stehen bleiben, oder? Dann siehst du mich alle zwei Sekunden. Ja. Ey, jetzt war echt das... Langsam ist es langweilig. Ah, chillt schon. Also eigentlich ist es nicht langweilig. Aber der scheiß Chat nervt mich. Den muss ich jetzt mal ausstellen. Blend ihn aus. Boah, ich hab's geschah... Nein! Das hab ich auch schon oft gedacht. Ich bin an der Leiter gewesen. Oh, jetzt grad ein Creeper explodiert. Oh, Alter. Ja, nein! Hete Scheiße. Aber ich kann jetzt keinen Hummer eingeben, weil ich den Chat ausgeblendet hab. Doch, klar. Wieso soll das nicht gehen? Nö, das geht nicht. Chat zeigen. Jetzt sollte es aber gehen. Boah, ich war wieder bei der Falltür. Bist du eigentlich... Wieso bist du eigentlich die ganze Zeit da unten? Weil ich jetzt gerade kurz was nachgeguckt hab. Okay. Hat gerade was genervt. Ich hab eben was ausgemacht hier. Am Programm. Nein! Mann! Tschüss, Skelett. Ist noch mal weit zur gekommen. Ich hing die ganze Zeit bei der Falltür. Weiter als die Falltür komme ich einfach nicht. Ich war noch nicht mal so an der Falltür. Ich bin froh, dass ich überhaupt hier bin. Du bist froh, dass du überhaupt Minecraft starten konntest? Ja, bin ich so sehr. Ja, ich bin über die Falltür. Weißt du eigentlich, wann das 1.4 Update kommt? Nein, kann ich dir nicht sagen. Soll das ein großes werden, oder? Mhm. Es soll einen neuen Boss geben. Hallo? Geh weg, Spinne. Es soll einen neuen Boss geben, dem Wither. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast. Ähm. Es soll auf jeden Fall ziemlich viele neue Items geben. Es soll eine Steinmauer geben, anstatt als Alternative zum Holzzaun. Es soll Köpfe geben, die du sammeln kannst. Köpfe? Ja, Köpfe. Männchensköpfe, Witherköpfe, Zombieköpfe. Ähm. Und die bringen was? Ich hab keine Ahnung mehr, genau. Dekoration. Es gibt doch Blumentöpfe bald. Geil. So Dekoration. Ähm. Was gab's noch? Ja, ich hab so ein paar, äh, 1, 2, 3. Ah, nicht riecht, 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 riecht. Ich geb gleich nen Anfall. Spinne. Haha. Spinne nicht weg. Ja, 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 ja. Uh, 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 ich hab's geschafft. Enderman. Hä? Enderman. Wo? Hier. Ich hab ihn ins Gesicht geguckt. Ich guck ihn auch ins Gesicht. Hinter dir ist ne Spinne, ne? Hier ist überall irgendwas. Ich versuch mal weiter zu springen, ne? Lass mich. Spinne? Ich glaub, du spinnst, ey. Ey, ich bin ein Zombie. Und, 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 und. Ja, hab's geschafft. Oh, guck mal, das ist auch ein Andy-Mandy. Ja, ich weiß, was hab ich gesagt. Wollen wir ihn angucken? Slenderman. Kommen wir eigentlich von Creeper Schaden? Ich glaub nicht. Ich weiß es nicht. Komischerweise nicht, das find ich auch irgendwie doof. Aber Zombies und Skelete können einen angreifen. Nein! Mann! Ich glaub, ist hinter mir ein Slenderman. Äh, Slenderman, äh, Enderman. Nö, aber das ist nicht gut. Und ich. Boah, ich verwechsel meinen momentan total oft. Ja, ich auch. Äh, ja, ne, ich berichte jetzt nicht über unser Projekt. Weil das ist immer noch nicht oben. Das ist auch viel Arbeit. Alles klar. Ach, Mann. Jetzt komm. Ich bin in dich reingefallen. Boah, ich werd schon wieder krank, ey. Das ist so mies. Gesundheit. Dankeschön. Ich hab gehustet, aber egal. Ich weiß. So. Ich glaub, das können wir jetzt so lange machen, bis wir unsere Hungerleisten-Balke leer ist, ne? Ja, genau. Ähm, wir wollen noch über Sachen reden. Reden wir über Frösche. Frösche sind cool. Kennst du, ähm, so ein PlayStation-1-Spiel von früher? Ich weiß gar nicht, ob's, boah, ob's sich damals schon gegeben hat. Du bist so ein paar Jahre jünger, äh, jünger, als ich das hieß, Frog. Und dann konntest du auf der PlayStation-1 so ein Frosch spielen, was, ähm, die ganze Zeit über eine Straße musste. Und um das so... Das hab ich auf der Super Nintendo gespielt. Echt? Ja. Das Spiel ist mega cool. Ja. Du musst halt immer vor Autos aufpassen und alles Mögliche. Und so und so Baum, und man kann auch übers Wasser, gell? Kann gut sein. Ich hab, ich hab ne PS1. Ja, ich hab auch ne PS1, ich hab auch ne PS2 und ich hab ne Super Nintendo. Die hab ich nicht mehr. Und ich hab nen ganz alten Gameboy noch, den allerersten Gameboy, den es gab. Den hab ich mit 10 verkauft. Hast gedealt. Gegen Gameboy Color eingetauscht. Äh, ne, ich hab den in Ebay verkauft. Achso. Und 20 Euro für bekommen. Mit allen Pokémon-Editionen, die es damals gab. Für 20 Euro? Ja. Ist aber ziemlich billig, was du da verkauft hast, ne? Ja, ist mir ziemlich egal. Ich wollte ihn einfach nur weg haben. Dann hab ich mir nen DS gekauft. Richtig gekannt. Pokémon ist geil. Ja. Pokémon ist auch geil. Ja, ähm, übrigens Percy LP. Let's playt das. Das ist jetzt der Alex, ne? Genau, das ist der Alex, der Kumpel von mir. Ähm, ja, der hat neuerdings auch angefangen zu displayen. Ich denke mal, ich werd den noch verlinken in dem, in der Videobeschreibung, weil der hat erst zwei Abonnenten und ist ziemlich neu. Hat leider nicht so viel Zeit, um Videos hochzuladen. Da sein PC auch nicht grad der Beste ist und, ähm, er auch viel arbeiten muss. Ja. Und ich hoffe, es werden mehr, äh, in Zukunft mehr Videos von ihm kommen. Im Moment hat er ein Pokémon-Desplay und zwar, und zwar spielt er Pokémon-Gilb. Das ist, ähm, der, die Special Edition zu Blau und Rot, soweit ich weiß. Jo. Ähm, und au. Und, ja, schaut einfach mal vorbei. Es lohnt sich. Ähm, er macht's wirklich gut. Leider noch nicht länger. Ich hab ihm schon lange gesagt, er soll das machen. Ich find seine Stimme echt top dafür. Aber wie gesagt, schaut einfach vorbei. Ich sag, ich kann's einfach nur auch eigentlich genauso beurteilen. Das, was ich bis jetzt von ihm gehört hab, ist eigentlich auf jeden Fall ganz cool. Kannst dir mal sagen, wenn er ein paar mehr Videos draus hat, dann kann er sich ja mal bei mir bewerben. Als Promoter, also Promotion und so. Also ich denk, er wird doch demnächst wieder eins hochladen. Nur wie gesagt, kein Zeitproblem. Ja. Ja, ich hab ja das Glück, dass ich ziemlich... Hä? Was? Ja, ich hab ja das Glück, dass ich einen festen Upload-Plan hab und mich versuche, daran zu halten. Das glaubt er eigentlich meistens immer. Das haben Fabian und ich mittlerweile eigentlich immer fast noch nicht so ganz geschafft. Also sprich, gestern zum Beispiel wollte ich, ähm, war für einen Plan vorgesehen, Spore aufzunehmen. Hatt ich aber keine Lust drauf und hab dann halt, ähm, die zweifolgigen Mountain Blade genommen. Mhm. Weil Spore... Weil ich wollte einfach was Neues machen. Spore hab ich nicht so viel, ähm, Lust drauf gehabt. Ja. Ja, weil das ist ja auch immer so eine Sache, wenn du halt ein Let's Play neu anfängst, dann musst du auch im Hinterkopf behalten, okay, ähm, hab ich dann in Zukunft noch Spaß dabei. Und, ja. Also ich werde zum Beispiel bei meinen Spielen auch die Let's Play, weil ich Let's Play ja nur Spiele, bei denen ich auf jeden Fall Fun hab und bei denen, wow, bei denen ich weiß, dass ich je nach fünf Folgen nicht wieder abbrich. Mhm. Okay, wenn du jetzt ein Strategiespiel-Kack spielst, ähm, das ist überhaupt nicht eigen für Let's Play. Dann kann man das auch mal machen, abzubrechen, aber... Ja. So wie, ähm, hast du vielleicht mal gesehen, Fabi, du hängst grad in der Luft und jetzt bist du auf dem Boden. Ähm, Fabis Rome Total War. Ja, das hab ich sogar ja in dem, äh, Promo-Video einmal gesagt, dieses Wort. Ich kannte das Spiel doch gar nicht. Ja, das gab nur zwei Folgen Let's Play oder so, ne? Ähm, ich glaub drei oder so, ich weiß es nicht, genau. Ach, guck mal, der Ratchet ist da. Jo, äh, übrigens, ist das der Fabi? Moment, wenn ihr mich mal kurz entschuldigt, kann ich ihn mal eben ins Gespräch hinzumachen? Äh, Fabi? Genau da. Hallo. Hi, Fabi. Hallo. Wir nehmen grad auf, gell? Okay. Schon seit, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so. Bis dann, glaub ich, jetzt nur noch die letzten 10, 15 Minuten dabei oder 10, 5 Minuten. Jo, ich komme grad von einem Fußballspiel. Ach so, da warst du, sag mir das doch. Ich dachte, du hast Fußballtraining. Nein, wir haben 16-0 gewonnen. Was? Wir sind, wir sind zu gut. Ihr seid zu gut. Ich bin, ich war, ich... Nein, es muss Nacht werden, ich bin so weit, Steve, guck mal. Warte. Wo seid ihr? Äh, wir spielen, äh, Jump Maps. Oh, cool. Das ist, äh, gib auf dem Server, da bist du ja drauf, ähm, Warp Jump ein. Genau. Ähm. Ich kann auch einfach Home eingeben. Hast du dein Bett da noch? Ja. Ich bin hier noch. Bug, ich bin hier oben. Äh, guck mal, Steve. Steve? Steve? Moment. Hier bin ich, da oben. Der sein... Nein! Au. Der bewegt grad seinen Kopf um. Alter, nicht dein Ernst, oder? Alter, wie bist du da hingekommen? Äh, gesprungen. Äh, aber ich hab gefehlt, weil wenn ich jetzt runterfalle, bin ich wieder ganz am Anfang, weil ich nicht schlafen kann, weil es nicht Nacht ist. Ja, da würde ich jetzt einfach mal sagen, ne, bleibst du jetzt einfach die ganze Zeit da stehen. Nö. Ganz sehr langweilig. Ich liebe das Risiko. No risk, no fun, wa? Genau. Also ich find, hier ist es, ähm... Oh nein, ich bin runtergefallen. Oh, ich find das kacke. Was denn? Ich war bei der Rangchenwolle. Geht's denn hier weiter? Ah, geil! Doch, doch nicht. Ey, wie hast du es über diese Trittplatte hier geschafft, Alter? Das Bett hat doch gesaved, obwohl ich nicht drin geschlafen hab. Echt? Geil. Perfekt. Wie dumm. Aber ich kann nicht mehr rennen. Nee? Nein. Ja, hättet ihr mir... Äh, wär ich früher gekommen, ich hab ganz viele Steaks in meiner Truhe. Ja, komm her, wo bist du? Ach so, oh, toll. Ja, die Folge geht, glaub ich, auch schon ein bisschen lange. So zum März die Minute will ich jetzt auch nicht mehr machen. Auf keinen Fall. Ja, weil bei mir sind mich jetzt auch gleich alle. Also du kannst es garantiert nicht mehr? Nee. Auf keinen Fall. Wenn ich hier nichts finden soll, nee. Auf keinen Fall. Also ich jump jetzt einfach mal hier so und so. Ja und so, weißt du? Und ja. Hier, ich hab ein Geschenk für dich. Spawn. Für wen? Wo ist denn der, äh... Sim? Ich bin hier. Wo hier? Hier runtergefallen, da. Hallo? Hier unten. Unter dir. Hinter dir. Da. Hier. Äh. Fiff ist weg. Fiff ist weg. Da. Ich hab Äpfel. Was ist... Ein Holz. Spitzacke. Das ist keine Holzspitzacke. Sag bei mir so aus, wie eine Säge. Das ist ein Spinnenauge. Wieso krieg ich das? Äh, damit du was zu essen hast. Ach, das kann man essen. Ja. Ich hab's weggeworfen. Ja. Ah, da ist es. Ah, dann bin ich auch vergehiftet. Äh. Luz, du kommst auch nicht irgendwie weiter als dort, oder? Äh, ich hab schon meinen Safepoint. Fabi, guck mal, wo ich bin. Alter, die Verbindung ist gerade mega scheiße. Fabi, guck mal, wo ich bin. Ja, da war ich auch schon. Ich war schon bei dem, äh... Roten, auf den Gittern. Da war ich schon. Geht so. Und dann, dann, weißt du noch, äh, dann ist mein... Äh, dann wurde mein Bett, äh, falsch gesaved. Stimmt. Ich hab das sowieso sogar auf der Aufnahme. Also, ich geh jetzt hier hoch, äh, und bleib hier jetzt am Haum stehen. Guck euch von oben einfach ein bisschen zu, weil ich kann jetzt nichts mehr machen. Warum? Weil mein Essen leer ist. Ja, will ich jetzt auch mal gleich sagen. Dann machen wir jetzt, äh, erstmal Schütz und sag schon mal Ciao, Ciao und so, ne? Ja. Ist auch schon wieder 9 Uhr. Mhm. Wo bist denn du? Weil ich? Ich will dich im Abschiedsbild umarmen. Will mich? Ja. Dann springen wir alle runter. Wuhu. Ja, wo bist du denn? Hier. Tim, ich kann dir auch Äpfel geben, dann kannst du noch ein bisschen weiterspringen. Nein, 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 nein. Umarm, 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 umarm. Umarm. Und ich bin wieder der Outsider. Ja, komm mit Gruppen kuscheln. Nein. Also, Steve, Steve, bleib mal stehen. Mal stehen. Nein, ich bin nicht. Du bleibst jetzt stehen. Bleib stehen jetzt. Bleib stehen, bitte, bitte, bleib stehen, bitte. Von hinten. Von hinten. Oh, komm, na komm. Oh, ja. Oh. Das geht irgendwie nicht so. Ähm, ja, komm. Ja, ich kann auch nicht mehr rinnen. Fabi, komm runter, dann umarmen wir uns und dann machen wir Aufnahmestopp. Ja. Na, ich komm jetzt nicht runter, ihr seid böse. Dann umarmen wir uns alleine und machen Aufnahmestopp. Ja. Am nächsten Mal sind wir auch noch dazugekommen und ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid bei der nächsten Folge wieder dabei. Genau, und hier. Und ja, da kommt von mir ein herzliches Heidi-Ho. Nein. Bis, Leute. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Umarmen, 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 umarmen. Oh, ja.